Wenn man reden will, um die Fidtheit nix mehr geht, wenn man nicht schlafen kann und niemand weiß, meine Art hilft, Teleshopping ungemein und keine müssen wir fahren. Und sollte es doch nur ein kleiner Herdprachwesen sein, da fragt man sich doch sicher, wie bekommt man das jetzt am Rhein? Und ohne diesen Darmfremdiger kriegt man das nicht weg, weil mit dem Schirp man dann die Dreck einfach jetzt anregt. Und wenn man das nicht schafft, du unter dem Bizeps hockst schon Maus, weil man's große Wanden hat und Brade ist wie groß, dann haben wir den Fitnesstrainer für ganz wenig Geld, der pippt sich auf zum Terminator und dann rettet's die Welt. Und hat man dann ein Sitzbegund, passt in sich gerade nicht rein, gibt's Schlankmachergürtel und nach oben rein, wenn alles voll heraus wird und gefährlich rumt dahin, gibt's einem Wunderbrade sicher, dass sie vor man zwängt, wenn man dahin den Akku leer ist. Und fürs Wirtzhaus ist schon gespät, wann die Freundin immer reden will und die Bittert nix mehr geht, wenn man nicht schlafen kann und niemand wert meinen Rat, hilft Teleshopping ungemein und keine Müssbefahrt. Und damit das nicht so wird, haben wir was für sie parat, die Diamant-Gemüse-Hobel 25 Karat, mit so viel Vitaminen, na der Pursion was passier, da gibt's ein Obst, den Softer und dann kann man's oben wirken. Und Windmann ist der Spritzen, ist Wasser ganz der Buch, wenn man geht... ... Untertitelung des ZDF, 2020